Parameter aktualisiert, Zeitlimit fest. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Sie ist auf Kutcher. 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 Das war's für heute. Alles ist gut. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist für dich. Danke für die Hilfe. Heute ist ein guter Tag. Danke für die Hilfe. Das ist für dich. Hm. 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 Oh, 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 oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's. Kleine Erinnerung, Sam. Beim Führen tödlicher Waffen ist es von größter Bedeutung, sich in Zurückhaltung zu üben. Ich schätze, dir ist klar, dass Töten keine Option ist. Mehr Leichen bedeuten mehr GDs und möglicherweise mehr leere Stürze. Wenn du jemanden tötest, gefährdest du nicht nur dich, sondern auch viele andere Leute. Ich schätze, dir ist das auch nicht. Und wir sind doctor Körpers. GD-Wします. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Sam. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Okay. 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. Hey! Das war's für heute. 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 Amelie. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das Chirale-Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie? Amelie. Dein Kipo, wo ist es? Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Ich werde mal, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020